Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich über die Power-Response-Logik aus der Sicht eines ambitionierten Musikers sprechen. Als begeisterter Gitarrist habe ich eine Außensicht auf die klassischen Ansätze der Anatomie- und Bewegungslehre und kann Parallelen zum Musikmachen ziehen. Als Musiker bin ich es gewohnt, dass mich die Kollegen auf der ganzen Welt verstehen. Bei einer Jam-Session brauche ich nur die Info über die Tonart und den Rhythmus und schon kann es losgehen. Im freien Spiel kann dann jeder seine Formensprache einbringen. Und dann spielt der eine mehr klassisch oder jazzig und der andere hat vielleicht den Blues. Erlaubt ist, was gefällt und was die Zuhörer unterhält. Hauptsache es groovt. Über die Jahrhunderte hat sich eine gemeinsame Sprache entwickelt, wie wir Musik aufschreiben. Sie ist leicht verständlich und lässt einen großen Spielraum dann für Interpretation. Im Bewegungsbereich erlebe ich eine relative Berührungslosigkeit zwischen den verschiedenen Fachbereichen. Es fällt uns viel schwerer, gemeinsam Musik zu machen. Das liegt vielleicht daran, dass wir das Bestimmte nicht vom Unbestimmten trennen und viel zu oft den Groove vernachlässigen. Um das zu ändern, habe ich die flexiblen Power-Response-Leitlinien entwickelt. Sie geben unseren komplexen Bewegungsabläufen eine rhythmische Basis und eine klare zeitliche und räumliche Orientierung. Ohne, und das ist ganz wichtig, unseren individuellen Interpretationsspielraum zu begrenzen. Im Bewegungsbereich sind wir es nicht gewohnt, etwas unbestimmt zu lassen. Wir treffen zu viele unnötige Entscheidungen und bestimmen exakte Positionen, anstatt uns mit Hilfe der flexiblen Power-Response-Leitlinien relaxed einzugrufen. Weil wir uns sofort festlegen und gemeinsam um die vermeintlich richtige Interpretation ringen, verzetteln wir uns und können dann nicht mehr situationsgerecht reagieren. Ich möchte euch ein ganz einfaches Beispiel geben, die natürliche Aufrichtung. Da könnte ich mir jetzt ganz viele Positionen überlegen für das Becken, für die Knie, die Füße, für den Kopf. Es gibt so viele Anweisungen dafür. Oder ich kann ganz einfach mich eingrooven und zwar mit drei simplen Leitlinien machen wir das so jetzt über links nach rechts, über rechts nach links. Ja, finde mal die Mitte zwischen links und rechts. Dann gehe ich über hinten nach vorn, über vorne nach hinten, finde den Rhythmus. Über hinten nach vorne, über vorne nach hinten. Finde die Mitte zwischen vorne und hinten. Und dann noch die Idee über unten nach oben und über oben nach unten. Ja, da könnt ihr in den anderen Videos viele Beispiele. Das ist nur ein ganz kurzes Beispiel. Diese Dynamik von Steigen und Sinken. Und dann habe ich praktisch links und rechts, vorne, hinten, oben und unten. Und kriege dann so ein Gefühl über meine innere Achse. Und habe das in einem Gefühl für Rhythmus und Flow. Und das kann ich mühelos aufrechthalten. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt auf dem Skateboard stehen würde, könnte ich mein Gleichgewicht mühelos regulieren. Wenn wir im Bewegungsbereich miteinander jammen wollen, brauchen wir die unbestimmten Power-Response-Spielregeln. Sie sind neutral und sorgen für einen fairen Austausch zwischen den verschiedenen Fachbereichen. Wenn jeder seine Übungen im Rhythmus von leicht und schwer präsentiert, können Unterschiede gewürdigt, Vergleiche gezogen und hilfreiche Alternativen gesucht werden. Im gemeinsamen Training entsteht ein kreatives Spannungsfeld, in dem alle voneinander lernen können. Vielleicht könnt ihr euch noch nicht vorstellen, wie so simple Leitlinien wie über links nach rechts, über rechts nach links, über hinten nach vorn und über vorn nach hinten eure Bewegungswelt rocken können. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, empfehle ich euch unsere Bücher, die Mitte besetzen und geschickt verhandeln. Wenn ihr uns helfen wollt, die Power-Response-Logik zu verbreiten, dann liked die Videos und abonniert unseren Channel. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.